So, Klappe die vierte. Wir sind des Streams immer noch nicht satt. Zwei Leute sind weg, zwei Leute sind noch hier. Degenhard ist noch hier mit mir und ja, wir sind des Streams wie gesagt noch nicht satt. Wir haben in den letzten vier Tagen insgesamt 63,5 Stunden gestreamt. Und ja, wir wissen, dass wir ein bisschen krank sind, aber wir wollen heute Abend noch einen drauflegen. Und ja, Links wie immer in der Beschreibung. Es startet heute Abend um 20 Uhr und ich verspreche zwar nichts, aber es ist geplant, dass der Stream 24 Stunden geht. Wenn natürlich wir vorher komplett tot sind und was weiß ich nicht was und wir dort überhaupt nicht durchstehen oder was weiß ich, wir PC-Probleme bekommen oder was auch immer. Wie gesagt, versprochen ist nichts, aber es ist eigentlich geplant, dass es wirklich ein 24-Stunden-Stream wird. Und ja, wir sind ein bisschen verrückt, aber was sein muss, muss sein. Solange die Degenhard noch hier ist, müssen wir das natürlich ausnutzen und natürlich weiter streamen. Würde mich freuen, wenn ihr eine allein schaltet und wie gesagt, Links in der Beschreibung. Bis heute Abend, 20 Uhr. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.